Ja, also ich freue mich riesig. Danke dieser tollen Einladung. Okay, das ist das, was er gesagt hat. Also man braucht einen Haufen Kraft für das Ganze. Ich würde es hier oben machen, aber natürlich der Mahlermeister hat ja auch da was drin. Du hast da auch ein Turbo drin, oder? Alles klar, dann läuft das schon mal. Ich wünsche mir ja vieles, aber beim Fahrzeug mit 1483 PS mit zu fahren, das war mein Traum. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass jemand, der so relaxt ist, wieder den ich nehme dort. Das war nochmal eine geschmeidliche Runde, dass wir eine Temperatur haben. Alles klar. Also für mich, der Sound selber ist halt so, da merkst du schon, was da drunter ist. Dass da nicht bloß 200 oder 300 oder 500 PS, sondern da ist einfach wirklich Schmalz da. Okay, also er will es jetzt wirklich wissen. Das Fenster wird sogar zugemacht. Von 100 auf 200, 3,16 Sekunden. Ja, komm, 236 Sekunden. Von 100 auf 200, 3,16 Sekunden. Das sind also Werte, wenn man das bei einem Auto nimmt, von 0 bis 60 oder was auch immer. Also es ist unglaublich. Von 100 auf 200, 3,16 Sekunden. Ich muss überlegen, welches Fahrzeug ich gehabt habe. Von 0 auf 100. Ja, wo das ganz easy packt. Und es ist, es ist eine Orgie. Du wirst ja da vorne gepeitscht und es ist kein Turboloch, nichts. Es geht nur vor. Und es ist das Schwierige, das zum Handeln. Wir machen das so ganz aus dem Handgelenk. Das Auto bewegt sich. Bäm. Und nächster. Es ist mir eine sehr große Freude, das erleben zu dürfen. Ja. Ja. Das muss man erlebt haben. Das muss man erlebt haben. Das muss man wirklich einmal in seinem Leben erlebt haben. Fuck. Ist das geil. Es fährt gut, ja? Ja, es fährt gut. Es fährt unglaublich gut. Es fährt so überregional total gut. Es ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Also, das kann man nicht sagen, was das für ein Sound ist, was das für ein Spektakel ist. Oh Gott. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Also, dieses Gefühl, das ist mit nichts zu beschreiben, weil es das nicht gibt. Sowas gibt es in meiner Dimension, hat es noch nie gegeben, was das ist. Denk mich am Arsch! Gott im Himmel ist das geil. Der erste Gang war zum Reifen anwärmen und eine leichte Bewegung zu machen und dann ging es nach vorne. Es ist aller, aller, aller ehrenwert. Es ist wirklich aller, aller ehrenwert. Nein! Gleiche wieder! Ja? Fahrt schon. Alles gut, lass es gut sein! Alles gut! Lassen wir es gut sein! Lassen wir es gut sein! Es war für mich, ich will nicht, weil, also ohne Schmarrn, du machst das, du hast das jetzt dreimal gezeigt. Das ist unglaublich! Es hat wirklich einen Megadank überhaupt, dass das, ich könnte mal anbieten, bei mir mit zum Fahren auch Rallye, aber das ist uninteressant, weil das ist Wahnsinn! Das ist der Wahnsinn! Das ist der Wahnsinn! Das ist der Wahnsinn! Es ist ja, also es ist cool mit so einem Lambo, aber es ist... Aber es sei doch mal Welten dazwischen! Genau! Das ist eine Welt! Das ist nicht nur eine, das sind Galaxien, weil diese, man sagt, da noch on top kommt. Das gibt es gar nicht! Das gibt es überhaupt gar nicht! Das gibt es überhaupt gar nicht! Und dann kann man wieder ganz normal mit dem Auto fahren! Ich sag echt! Ich sag den größten Dank! Danke! Du hast mir wirklich eine sehr große Freude gemacht! Das war mir meine Ehre, dass du mich erlaubst! Nein! Du bist echt unglaublich! Wahnsinn! Es ist so mega geil! Und es ist ein Muss, sowas zum Erleben! Fucking hell! Also ich muss ganz ehrlich sagen, das steht auf der Liste ganz weit oben, sowas zum Erleben! Und ich habe es erleben dürfen! Und ich kann ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich das noch toppen kann! Wer kann sowas noch toppen? Das gibt es nicht! Das gibt es nicht! Einen dreifachen Dank! Das ist ehrlich ein Wahnsinn! Ich bin bloß mit dem Sitzen schon durchgeschwitzt! Das ist der Wahnsinn! Das ist der Wahnsinn! Das ist der Wahnsinn! Und dann so ein ganzer Leck! Das waren jetzt von 100 auf 2 noch 3,16 Sekunden! Von 100 auf 200! Dann sitzt jetzt ich fette Sau noch zusätzlich drin! Das wäre wahrscheinlich unter 300! Ich geh mir noch mit Strauß rein! Wird nicht mal das nix drauf! Danke! Weil ansonsten wäre der Kopf, dann würde ich jetzt gar nicht mehr kapieren, was los ist! Da schaltet einfach alles um! Du bist total voll Lalu und alles! Dann im ersten Gang, dann macht das im Stand! Der erste Gang ist, dass die Räder sich mal bewegen, was da los ist! Dass die wegfahren, ist ja schon eine Wahnsinnskraft! Und dann der zweite, dann kommt das Katapult und drückt in den Rücken und Abflug und alles! Also ich muss ehrlich sagen, vielen herzlichen Dank! Fucking hell ist das geil! Das ist geil! Das ist geil!